Hallo und herzlich Willkommen zurück zu King of the Heart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der letzten Folge Cinderella kennengelernt und den guten Jack, der eine Idee hatte, und zwar Cinderella's Kleid fertigzustellen. Und dafür sollen wir fünf Sachen holen. Dann wollen wir dieses auch gleich mal tun. Vorher gucke ich noch kurz. Nein, mit 19 können wir uns wahrscheinlich nicht holen. Gut, dann geht's gleich auf die Suche. Wollen wir euch hier mal weg. Zack, weg. Hier runter wahrscheinlich, denke ich mal. Autsch. Geh weg. Geh weg. Wahrscheinlich hier lang. Ah, hier sind wir wieder. Okay. Und da sehe ich auch schon den rosa-farbenen Stock. Stock. Wir haben also den direkten Weg pervers. War ja nicht anders, wo er war. Dann konnte ich hier mal kurz aufräumen. Aus dem Weg. Noch mehr. Wie viele sind denn da? Und da haben wir eine Attacke geschickt. Huh. Das ist schon mal schön. Das brauchen wir nicht mehr so lange. Hoffentlich. Für die Gegner. Aus dem Weg. Hier stinkt die Wild. Na komm, na komm, na komm, na komm. Na, okay. Gleich drei von denen. Weg. Au. Noch mehr Ärger hier. Komm her. Ihr kriegt alle was auf die Bütze. Na, die haben wir gestiegen. Ist jetzt ruhig hier. Wollen wir noch mehr Sonsten. Hier wollen wir noch was auf die Bütze. Noch mal. Noch mal. So, jetzt ist aber Ruhe. Sehr schön. Jetzt ist erstmal Ruhe. Dann können wir hier in Ruhe den rosafarbenen Stoff einsammeln. Und da sehe ich auch schon das nächste. Das ist die Spitze. Die weiße Sohn. Dann können wir uns mal kurz auf die Kissen hier verfrachten. Oh, cool. Eigentlich würde ich die Kiste nur als Überblick nehmen. Okay, da ist die Schleife. Da ist der Knopf. Da ist nur eine Kiste. Sehr schön. Dann holen wir uns mal den Knopf. Oh, da können wir nicht hoch. Oder? Nein. Dann holen wir uns erstmal die Schleife. Die Schleife. Und... Und... Und dann noch... Hepp! Die Kisse. Dann können wir, glaube ich, auch schon weitergehen. Was ist denn eigentlich hier oben? Bücher, Bücher. Kommen wir hier raus? Äh, nö. Wir können nur aus dem Fetzer schauen. Sehr gut. Dann hier durch. Und dann haben wir das hier. Ja, das ist alles gut. Und dann haben wir das. Und dann haben wir das. Das ist alles gut. Nein. Das ist alles gut. Und dann haben wir das. Was passiert jetzt mit ihm? Was passiert jetzt mit dem... Käse? Soll ich jetzt hier runtersprengen? Ich glaube, ich bin eigentlich nicht, aber... Ja... Ja 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 Ich bin perfekt Das ist nicht gepackert Das ist nicht gepackert Ja 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 und wieder attacke gestiegen ja 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 ach der käse sieht als schön danke schön Ah, so kommt ihr zum Knopf. Sehr gut. Ja, dann fehlt uns nur noch der Faden, wenn ich richtig liege. Oh, ihr schon wieder? Was wollt ihr denn schon wieder? Tschüss. So, als nächstes geht es wahrscheinlich da. Hier da. Ja, klar. Jetzt bin ich in Ruhe durchlaufen. Wisst ihr euch eigentlich wie bei einem Knopf weg? Ja, klar. Dankeschön. Da kommen wir normal wahrscheinlich nicht rüber, oder? Ne. Ich versuch's erst gar nicht, sonst müssen wir den ganzen Weg wieder laufen. Und da ist der rosane Farben. Wo geht's hier noch? Ah, hier geht's noch zu der Kiste. Versteckt, versteckt. Sehr gut. Dann sammeln wir mal den Farben ein. Damit hätten wir alles zusammen. Still needs a pity pity pearl. Leave it to me. Hätte er das nicht gleich sagen können, dass wir noch eine Perle brauchen? Natürlich nicht. Oh, da fehlt das so eine Kiste. Wo sind wir? Volle Ball. Ball, 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 Ball. Hipp. Simp. Können wir uns denn jetzt? Ich glaube, jetzt geht das. Ja, wieder. Sehr schön. Das muss ich mal kurz ausrüsten, weil... Wieder kann ich immer mit. Zack. Und dann gehen wir jetzt mal... Die... Aus dem Weg... Perle sammeln. Die... 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 ach die katze hat die perle jetzt müssen wir ganz leise sein ich die ist ganz ganz vorsichtig vorsichtig okay sie haben uns gehört voll erwischt Ok, Aufkick, Nikatze Come here Who's a meter cutter Okay, das machen wir hier Und die katze ist geschichte Und die katze ist geschichte Ja, gut Oh, Rasa, big thank you No thanks needed You saved me before so I saved you That's what friends do, right? Now, let's get that dress finished Oh, well, what's a royal ball? After all, I suppose it would be frightfully dull and boring and completely completely wonderful Cinderella Is that my dress? Yes, it's a present from us Now you have a dress for the ball Why, it's such a surprise Flurry, flurry Time at all, Flinderelli Oh, thank you Oh, thank you Oh, thank you Chak-chak hope of Flinderelli Doreen come true What's up, Flinderelli What's up, Flinderelli? What's up, Flinderelli? I wonder Being a Keyblade Master is all I've dreamed about Well, you're not the only one I know You, me, and Ven all share the same dream Funny I'd never really thought about it At least until you asked me My dream is to become a Keyblade Master Hope a Ven-Ven dream come true too I just need to keep on believing Right? Sok-sok Haha Punkt Mitternacht Juhu So Dann mal auf zur nächsten Welt Doch die sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder rein Wenn es wieder heißt Willkommen zurück bei King dem Hearts Danke fürs Einschalten Und Wiederschauen Reingehauen Joachim wird bald